Am 14. Juli 2024 feierte Ralf Schumacher, 49, sein Coming-out. Auf Instagram teilte der einstige Formel-1-Pilot nach knapp zwei Jahren Geheimhaltung seiner Liebe ein erstes Foto mit Freund Etienne, 34. Ex-Frau Cora Schumacher, 47, schwieg, bis jetzt. Auf Instagram teilt sie nun ein Tränenfoto, das Bände spricht. Cora Schumachers Blick wirkt leer, eine Träne läuft über ihre rechte Backe. Sie trägt einen Brautschleier. Ob die Aufnahme von ihrer Hochzeit stammt? Gut möglich. Cora war bisher nur einmal verheiratet, mit Ralf Schumacher. Die gebürtige Langenfelderin ehrlichte den einstigen Rennfahrer im Oktober 2001, am 7. September 2002 folgte die kirchliche Trauung in der Wallfahrtskirche im Salzburger Land. Bis 2015 waren sie vermählt. Zu der Aufnahme schreibt Cora den vielsagenden Satz, Tränen verraten mehr als Worte, dazu das Hashtag Real Love, auf Deutsch, wahre Liebe, und ein Herz-Emoji sowie ein gebrochenes Herz-Emoji, zweiteres löscht sie allerdings kurze Zeit später wieder. Reaktionen auf Cora Schumachers emotionales Bild. Binnen Minuten füllt sich die Kommentarspalte. Ein User mutmaßt, diese ganze Geschichte um Ralf hat ihr wohl einen lebenslänglichen Stich ins Herz versetzt. Außerdem finden sich unter dem Bild Kommentare wie, warum hast du das überhaupt mitgemacht? Und was soll mal dazu sagen? Alles eine große Lüge. David Schumacher, kein Kontakt zur Mutter. Erst vor wenigen Tagen teilte Ralf Schumacher ein erstes Foto mit seinem französischen Freund Etienne und Sohn David. Der 22-Jährige und sein Vater haben ein enges Verhältnis, er ist für den Rennfahrer nicht nur sportlich gesehen ein Vorbild. Er unterstützt seinen Vater und kommentierte, es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Zu seiner Mutter Cora soll David Schumacher jedoch kein derart enges Verhältnis haben. Die 47-Jährige erklärte im Oktober 2023 gegenüber RTL, dass ihr Sohn aktuell keinen Kontakt wolle. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum eigentlich genau, so Cora Schumacher.